Wer trug so etwas mal auf dem Kopf? Z.B. ihr Großvater, wie das Foto beweist. Und wenn ich mir überleg, dass er bei den Ulanen war, das heißt, er ist ja mit geritten, also mir würde er nach vorne fliegen. Haben Sie es probiert? Na klar, es probiert doch jeder, wenn er so was findet, oder? Aha, zeigen Sie mal. Na klar, ich probier's. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Bändel, ich bin jetzt nicht so im Bilde. Ich lass ihn jetzt einfach ein wenig runterhängen. Da, ist er ein wenig hart, aber immerhin. Nö. Ich finde, da steht ihn. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir sind in Ansbach und kommen nach Ansbach. Ja, das ist ja wunderbar. Das ist natürlich eine schöne Überraschung, dass Sie uns eine Ansbacher Ulanen-Schapka mitbringen. Ja, da haben Sie auch richtig Glück, weil die habe ich noch gar nicht so lange gefunden. Ach ja? Ja. Aus der Familie? Aus der Familie. Das ist der Helm von meinem Großvater. Ja. Da sehen Sie das Bild davon. Ja, toll. Und als Kind habe ich das noch in Erinnerung gehabt. Aber man geht so seinen Lebensweg. Ja. Und jetzt sind alle tot. Und dann muss man auch mal die Schränke aufmachen. Ja. Und da ist er dann aufgetaucht. Und da dürfen Sie aber nicht Helm sagen, sondern eine Tschapka. Ach so. Das ist der Sonderbegriff. Wieder gelernt. Haben Sie Ihren Großvater noch erlebt? Ja. Also mein Vater hat erzählt, dass die Uniform noch vorhanden war. Ja. Aber wie gesagt, das ist aber dann in den anderen Familienteil übergegangen. Also ich bin von ... Vererbt da und da und da. Genau. Die Uniformen, die sind oft umgearbeitet worden für kleine Buben zu Anzügen. Ich stamme nämlich aus Bamberg. Da war das erste Ulan-Regiment stationiert, Hansbach das zweite. Ja. Und da hatten wir einen Freund, Königs Max. Der hatte einen Anzug aus der Ulanen-Uniform seines Großvaters. Und der war grün. Und da haben sie mir gesagt, das ist der Gras-Aff. Und er hat versucht, den Anzug kaputt zu machen. Es ging nicht. Das war noch Friedensqualität. Der ist über Stacheldraht, über Rosenhecken geklettert. Und da sind die ganzen Ulanen-Uniformen draufgegangen. Ja. Also wie gesagt, diese eigenartige Helmform, ich zeig's mal von oben, mit diesem Vierkann-Deckel, nennt man Czapka. Und die hat einen polnischen Ursprung. In Polen nannte man das auch Konfederatka. Übrigens haben die heutigen polnischen Militärs immer noch Mützen, Stoffmützen mit viereckigem Deckel auf. Genau. In Anlehnung an die alte Tradition dieser eigenartigen Helme, die es ja schon im frühen 18. Jahrhundert gegeben hat. In Bayern sind die Ulanen eine Waffe, die es zwischendrin nicht gab. Das erste Mal wurden Ulanen in Bayern als Regimente errichtet, 1814 unter dem ersten König Max Josef. Diese Regimente hat man aber 1825 aus Kostengründen wieder abgeschafft, weil die Ausstattung der Mannschaften mit diesen aufwändigen Czapkas, die früher doppelt so hoch waren, muss man sich vorstellen, und aus Spanisch Rohr bestanden und fleißig genäht wurden, wie das so schön hieß. War alles sehr kostspielig und deswegen hat man in Bayern die Ulanenwaffe, wie es offiziell hieß, eingehen lassen. Unter Ludwig II., König Ludwig II. kommt ja an die Regierung 1864, hat man die Ulanenregimente wieder als Kavallerie entdeckt. Das zählen zur schweren Kavallerie. Kann man sich gar nicht vorstellen, weil es ja eigentlich keinen Panzer getragen haben, keine Rüstung. Aber Ulanen waren schwere Kavallerie. Und 1864 wurden zwei Regimente, dann sogar noch ein drittes errichtet, kurzfristig bis 1866. Und die hatten jetzt diese Czapka, aber noch nicht in der Form, wie wir sie jetzt hier in der Hand haben, sondern noch die altmodische Form, auch wieder genäht, aus Spanisch Rohr mit karmosinrotem Tuch bezogen. Und nur der Deckel oben war schwarz, übrigens anfänglich sogar auch das Tuch. Dann hat es geregnet, dann ist das Wasser durch den Deckel gelaufen. Also man könnte jetzt länger erzählen drüber. Jedenfalls kam dann am Schluss ein letztes Modell, und das ist dieses hier ab 1886. Nach dem Tod Ludwigs II. hat man das preußische Muster, das ist also das preußische Muster eingeführt, ganz aus Leder. Die Stoffteile fielen alle weg. Und natürlich kam dann das Bayerische Löwenwappen drauf, was ja auch erst 1886 nach dem Tod Ludwigs II. eingeführt wurde. Wir haben dann hier die Schuppenkette, die natürlich dann im Dienst runtergeschlagen wird und ums Kinn geschlungen, also mit einem Lederriemchen ums Kinn rum. Und hier oben das Bayerische Feldzeichen, der nationale, weiß-blau, sieht man ja. Und hier an der Seite war eigentlich eine Reichskrokade, die fehlt auch hier. Die wurde 1897 eingeführt. Und die hat ihr Großvater sicher getragen, weil wir sind ja hier in der Zeit schon nach 1900. Aber die ist hier verloren gegangen. Dieses Stück Paketschnur gehört überhaupt nicht dazu. Nein, das ist also eine Paketschnur. Die machen wir dann mal am besten ab, weil das stört die Optik total. Wir sehen das sehr schön auf dem Foto, wie eine Fangschnur, hat man das genannt, eine Fangschnur an diesem Haken eingehängt, sagen wir mal den Haken. Und diese Fangschnur hängt oben in diesem Haken und hängt am Rücken runter und geht dann um den Hals rum und ist hier vorne mit diesen zwei Quasten an der Uniform eingehängt. Und wenn jetzt der Ulan zu Pferd war und die Chabka fiel ihm runter, dann hatte er sie an der Fangschnur und konnte sie wieder hoch riefen und wieder auf den Kopf setzen. Das war der Sinn der. Fangschnur, wie das Wort fangen wir sagen. Also, die fehlt hier. Da haben wir nur das Stück Paketschnur. Die stört meine Empfinden total. Wir haben uns immer gewundert, was diese Schnur soll. Darf ich sie Ihnen? Die Fangschnur. Jetzt haben wir hier den stolzen Großvater, die stehen im Paradeuniform. Da kommt dann in den Schlitz, wo das Feldzeichen steckt. Die kann man rausnehmen. Da steckt dann noch ein weißer Rosshaarbusch drin, zur Parade. Der hat meistens furchtbar gekitzelt, wenn der Wind ihnen die Augen getrieben hat. War also auch ein Detail, was vielleicht nicht so geliebt war. Der schräge Riemen, das wäre am Rücken zu sehen, der Kartuschkasten, wo ursprünglich die Patronen drin waren. Zuletzt waren die aber da nicht mehr drin. Da war es nur noch ein Paradestück. Das weiße Koppel haben wir dann hier noch. Da hängt dann dieser Degen dran. Die Ulanen hatten zunächst einen Säbel und ab 1890 einen Degen. Nach preußischem Muster. Hat aber hier noch die Friedensuniform an. Gott sei Dank. Und dann haben sie noch mitgebracht die Epauletten. Kann man auf dem Foto auch sehen. Hier oben auf der Schulter sieht man diese Epauletten. Die haben also den Sinn gehabt, Hiebe auf die Schulter, auf die Achsel zu bremsen, zu stoppen. Und waren auch früher natürlich stabiler als hier die letzten Modelle, die auch nur noch zur Parade getragen wurden. Der Sinn der Epauletten war natürlich da durch die modernere Bewaffung längst außer Kraft gesetzt worden. Also ein tolles Teil. Wir gucken noch einen Blick hinein. Da haben wir also das originale Innenfutter. Lederlaschen. Nicht sehr bequem. Das Ganze war sicher nicht bequem. Natürlich jetzt hat man noch stärkeres Empfinden. Es ist unbequem, weil das Leder hart geworden ist. Die ledernen Helme und Schapkas sind auch geschrumpft. Also wenn man den jetzt ausmessen würde, hat er mindestens zwei Nummern weniger als ursprünglich. Der ist also noch stark zusammengeschnurrt. Kommt einfach durch die Trockenheit, durchs Lagern, durch Wärme, durch Hitze, alles was da zusammenhängt. Aber der Sammler freut sich. Das ist ein unberührtes, originales Stück zu kriegen. Sollten Sie das verkaufen wollen, bekommen Sie für die Tschabka mit Sicherheit 1500 Euro. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Für die Epauletten bekommen Sie noch mal 150 Euro. Da sind wir schon bei 1650 Euro. Unglaublich. Es ist doch was wert. Das heißt, Sie sollten es wieder in Ehren halten. Nicht verbuddeln. Und dann im Sand. Vor allem nicht auf dem Dachboden lagern. Ja, ja. Weil die Temperaturunterschiede am ungeheizten Dachboden sind sehr groß. Im Sommer 40, 50 Grad. Im Winter minus 20 unter Umständen gibt es 70 Grad Unterschied. Das tut zum Lederteil einfach nicht gut. Nein. Also in der Wohnung aufbewahren, im Schrank oder irgendwo. Gut. Und stolz darauf sein, dass der Opa ein schöner Ansbacher Ulan war. Ja, bin ich auch. Ich sage Ihnen noch, wie das Regiment offiziell hieß. Gerne. Das hieß in der bayerischen Rangliste oder im Militärhandbuch, muss man sagen, könig bayerisches 2. Ulan-Regiment König. Und zwar deswegen König, weil der jeweilige König von Bayern Inhaber des Regiments war. Also Ehrenoberst, Inhaber. So, das war jetzt ein kleiner Crashkurs durch die bayerische Militärgeschichte. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, vielen Dank. Ihr könnt natürlich noch mehr erzählen. Aber es war schön, dass Sie es uns gezeigt haben. Noch dazu hier in Ansbach. Vielen Dank fürs Bringen. Kommen Sie wieder gut nach Hause damit. Gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich wusste ja von nichts. Ich meine, ich wusste natürlich, dass mein Großvater bei den Ulanen war in Ansbach. Aber dass es so was Besonderes war. Und als Kind, wie gesagt, da spielt man mit den Sachen. Und dann ist gut. Wir haben uns immer alle gewundert, was diese Schnur soll. Also, aber die gehört gar nicht dazu. Und jetzt habe ich mir erklären lassen, wie diese Fangschnur ausschauen soll. Und jetzt gehe ich nochmal auf die Suche. Jugend forscht. Gerne. Komm, es geht libre. Vielen Dank.